Die potenziellen Aufgaben sind geprüft. Jetzt ist es an der Zeit, ihr Team zu beurteilen. Wichtig ist es hier herauszufinden, an wen Aufgaben übertragen werden können. Wenn Sie die Stärken und Schwächen jedes Mitarbeiters kennen, können Sie Aufgaben bestmöglich übertragen. Jede Aufgabenübertragung stellt eine Chance dar, denn jede Aufgabe bietet die Gelegenheit, die Fähigkeiten der Teammitglieder zu verbessern. Eine strategische Aufgabenübertragung kann also die berufliche Entwicklung Ihres Teams fördern. Damit Sie für jede Aufgabe die richtige Person finden, müssen Sie zuerst Ihre Mitarbeiter bewerten. Hierbei unterstützt Sie das Handout Team-Evaluierung. Sie benötigen ein Exemplar pro Teammitglied. Nehmen Sie sich die Zeit, über jede Person nachzudenken. Es empfiehlt sich, die letzten Leistungsbewertungen einzubeziehen. Prüfen Sie zuerst, wann der Mitarbeiter eine wirklich herausragende Leistung erzielt hat. Welche Kenntnisse oder Fähigkeiten hat er gezeigt? Was war so besonders? Wie können Sie dies nutzen, um ihn zukünftig optimal zu unterstützen? Der Grund, warum Sie dies zuerst tun, ist der sogenannte Rezenzeffekt. Physiologen gehen davon aus, dass unsere Wahrnehmung durch kürzlich erfolgte Ereignisse geprägt ist. Um dem entgegenzuwirken, gehen Sie einige Monate zurück und suchen nach Spitzenleistungen. Bewerten Sie dann den Kenntnisstand in speziellen Bereichen. Es gibt vier Bewertungskategorien. Fach-, Sozial-, Management- und Führungskompetenzen. Fügen Sie bei Bedarf Branchen- oder firmenspezifische Unterscheidungsmerkmale hinzu. Im Folgenden betrachten wir jede Bewertungskategorie im Einzelnen. Fachkenntnisse stehen in direkter Verbindung zu Projekten oder Positionen. Hierzu gehören eine Reihe von technischen Kenntnissen wie Computerprogrammierung, technisches Zeichnen oder Ähnliches. Berücksichtigen Sie auch vielseitigere Kompetenzen wie Projekt- und Zeitmanagement oder Sinn für Details. Erfinden Sie hier das Rad nicht neu. Ihre Aufgabenevaluierung hat bereits eine Liste mit potenziellen Aufgaben und Projekten ergeben. Nutzen Sie diese für die Bewertung der Mitarbeiter. Soziale Kompetenz zeigt sich im Umgang mit anderen. Hierzu gehören Dinge wie Kommunikation, Beziehungsaufbau, Konfliktlösung, Kundendienst, um nur einige zu nennen. Bei den Management-Kompetenzen geht es darum, eine sichere und stabile Arbeitsumgebung für gute Arbeit zu schaffen. Vorgesetzte betreuen, bewerten Leistung, priorisieren, delegieren, setzen Strategien um und vieles mehr. Zu den Führungskompetenzen gehören Weitblick und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, um Verbesserungen zu erzielen. Durch die Neuerungen inspirieren Sie andere mit ihren Visionen. Notieren Sie im Handout Team-Evaluierung die Leistungen der Mitarbeiter in diesen vier Bereichen. Prüfen Sie dabei auch genau, ob Ihre Bewertungen auf neueren oder älteren Daten basieren. Die Leistungen sind vielleicht inzwischen besser. Werten Sie nun die Mitarbeiterkompetenzen in den vier Bereichen. Verwenden Sie dazu eine Skala von 1, schwach, bis 5, stark. Am Schluss notieren Sie die Entwicklungsziele des Mitarbeiters, die sich zum Teil aus der letzten Leistungsbewertung und zum Teil aus der aktuellen Bewertung ergeben. Wo kann und soll sich der Mitarbeiter dieses Jahr verbessern? Legen Sie das Handout Team-Evaluierung erst einmal zur Seite. Sie kennen nun die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter. Jetzt können Sie über die Aufgabenübertragung nachdenken. 1, 2, 3, 0.2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 18, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15,161. Vielen Dank.